Marc Dörfer, 26 Jahre alt, komme aus Viersen und studiere Wirtschaftsingenieurswesen und bin gerade dabei, meine Masterarbeit am Lehrstuhl für Produktionssystematik zu schreiben. Hockeyspieler, ich spiele seit meiner Kindheit Hockey, habe das auch während des gesamten Studiums auf Leistungssportniveau betrieben und bin aktuell Kapitän einer Regionalliga-Mannschaft. Außerdem haben wir bereits 2013 mit der Hochschulmannschaft den Titel des deutschen Hochschulmeisters auf dem Feld erringen können. Jetzt soll der Titel in der Halle folgen. Dazu werden wir am Wochenende um die Meisterschaft kämpfen. Ich würde mich freuen, wenn ihr zahlreich erscheint und uns anfeuert. Haute Untertitelung des ZDF, 2020